Hallo ihr Lieben, der Dannenröder Forst soll gerodet werden zugunsten einer Autobahn. Ja, was soll man dazu noch sagen? 2020, diese Wälder, diese Mischwälder, diese, sagen wir mal, gesunden Wälder, die binden doppelt so viel CO2 aus der Luft wie alle anderen. Und natürlich, ihr könnt die ganzen Tierarten, die es da gibt, nicht verpflanzen, selbst wenn man Ausgleichsmaßnahmen macht. Das ist totaler Quatsch. Man kann auf die Natur nur begrenzte Zeit draufhauen. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir vor allem durch Klimaveränderungen jetzt nur noch wenige Jahre haben, um was zu tun. Ich verstehe nicht, wie man einen funktionierenden Wald roden möchte. Also setzt euch gerne dafür ein, dass das nicht stattfindet. Es gibt wirklich keinen vernünftigen Grund mehr. Man kann nicht immer nur labern und sagen, wir möchten gerne was gegen Klimaveränderungen tun, gegen Artensterben. Wir leben im größten Artensterben, was es seit Menschen auf der Erde leben jemals gegeben hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also deswegen, ich finde es gut, dass ihr euch für den Mischwald einsetzt. Ja, rettet den Dannenröder Forst. Vielen herzlichen Dank, euer Marc. Tschüss. Tschüss. Tschüss.